Herzlich Willkommen bei Alpha Centauri. Heute geht es um einen Begriff, der von einem geradezu magischen Zauber umgeben ist. Es geht um die Frage, mit welcher Geschwindigkeit sich in diesem Universum, also in unserem Universum, überhaupt Information bewegen kann. Mit anderen Worten, es geht um die Frage, gibt es Überlichtgeschwindigkeiten? Kann es sein, dass man Informationen mit einer höheren Geschwindigkeit als mit der Lichtgeschwindigkeit transportieren kann? Ich würde es ganz vorsichtig formulieren, weil diese Sendung ist außerordentlich schwierig. Es erfordert Ihre ganze Konzentration, also jetzt nicht gleich abschalten, also innerlich, sondern dabei bleiben. Das ist nämlich eines der ganz, ganz komplexen Themen und führt offenbar auch immer wieder zu Missverständnissen. Also, gibt es Überlichtgeschwindigkeit? So, machen Sie mal ganz langsam. Die Schallgeschwindigkeit. Die Schallgeschwindigkeit ist die Geschwindigkeit, mit der sich der Schall in der Luft bewegt. Meine Schallwellen jetzt hier im Studio bewegen sich mit der Schallgeschwindigkeit und die elektromagnetischen Impulse aber, die jetzt zum Beispiel bei Ihrem Fernsehapparat ankommen, die haben sich mit Lichtgeschwindigkeit bewegt. Also die Schallgeschwindigkeit ist die Transportgeschwindigkeit für dichte Schwankungen in der Luft, in dem Medium. Die Lichtgeschwindigkeit ist offenbar die Transportgeschwindigkeit von elektromagnetischen Feldern. Das ist die Standardfolklore. Die Standardfolklore in der Physik sagt, Überlichtgeschwindigkeiten sind für die Informationsübertragung nicht möglich. Wie kommt das? Naja, das liegt zunächst einmal daran, dass nicht alles, was ich mir denken kann, auch tatsächlich möglich ist. Natürlich kann ich mir vorstellen, ich sitze in einem Zug, ein anderer Zug kommt auf mich zu. Also auf mich, ja, können Sie sich vorstellen, Sie fahren in diese Richtung, Zug kommt auf Sie zu. Das heißt, die Geschwindigkeit, die Relativgeschwindigkeit dieser beiden Züge addiert sich. Nehmen wir ein Beispiel. ICE fährt mit 300, auf den kommt ein ICE mit 300 zu. Geschwindigkeit der beiden Züge relativ zueinander ist 600 Kilometer. Nehmen wir zwei Lichtstrahlen. Ein Lichtstrahl trifft einen anderen Lichtstrahl. So wie die beiden Züge sich getroffen haben, müsste es eigentlich so sein, Relativgeschwindigkeit müsste zweimal die Lichtgeschwindigkeit sein. Ist aber nicht so. Sondern in Experimenten kam heraus, es ist immer noch Lichtgeschwindigkeit. Es gibt offenbar keine Geschwindigkeit für die Informationsübertragung, die über Lichtgeschwindigkeit hinausgeht. Daraus, um das mal ganz klar zu sagen, aus dieser experimentell gefundenen Tatsache hat sich die Relativitätstheorie entwickelt. Die Relativitätstheorie beginnt mit dem Axiom, also mit der Forderung, die Lichtgeschwindigkeit ist in allen Bezugssystemen konstant. Egal wie ich mich bewege, ich messe in jedem Bezugssystem, ob ich mich in einem Zug sitze oder in einer Rakete oder wo auch immer, die Lichtgeschwindigkeit ist immer die gleiche. Knapp 300.000 Kilometer pro Sekunde. Das ist die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum. Damit transportiert man Information höchstens. Jetzt gibt es allerdings auch ein Phänomen, und das hängt mit dieser Schere zusammen, dass es zum Beispiel Geschwindigkeiten in der Physik gibt, die mit Information überhaupt nichts zu tun haben. Nehmen wir mal zum Beispiel diese Schere. Dieser Punkt, an dem sich die beiden Scherblätter kreuzen, bewegt sich, wenn ich diese Scherblätter zusammendrücke, am Ende, nämlich an der Spitze, mit Überlichtgeschwindigkeit. Ist das ein Verstoß gegen die Relativitätstheorie? Nein. Die Relativitätstheorie mit der Forderung, die Lichtgeschwindigkeit sei konstant, ist eine Forderung danach, dass eine physikalische Gesamtheit transportiert wird. Zum Beispiel ein gesamtes elektromagnetisches Feld, also zum Beispiel ein ganzes Bild von mir. Hier bei der Schere allerdings war es nichts anderes als ein Projektionseffekt. Dabei wird überhaupt nichts transportiert. Das ist nichts anderes als reiner Projektion. Das gleiche Beispiel wäre es zum Beispiel, wenn Sie mit dem Laserstrahl den Mond beleuchten. Sie können ja dann mit dem Laserstrahl unglaublich schnell über die Mondoberfläche gehen. Das führt zu einer scheinbaren Überlichtgeschwindigkeit. Aber dabei ist überhaupt kein physikalischer Prozess mit verbunden. Denn mit Ihrem Laser, der ja immer noch knapp etwas mehr als eine Sekunde bis zum Mond braucht, beleuchten Sie einfach nur andere Punkte auf dem Mond. Das ist kein physikalischer Prozess. Nicht jede Größe, die die Einheit Weg pro Zeit hat, ist eine physikalisch relevante Geschwindigkeit. Das ist überhaupt nicht der Fall. Jetzt gibt es natürlich im Science-Fiction-Bereich und inzwischen eben auch in einigen Experimenten in der Physik die Vorstellung, man könnte eben doch mit Überlichtgeschwindigkeit etwa Informationen von einem Punkt zum anderen transportieren. Wenn das möglich wäre, dann wäre es ja zum Beispiel auch möglich, quasi in die Zukunft zu reisen, weil die Information sich nach der Relativität so im Allgemeinen ja nur mit Lichtgeschwindigkeit ausbreitet. Wenn es mir aber gelänge, mit Überlichtgeschwindigkeit mich zu bewegen, dann wäre ich ja praktisch schon in der Zukunft, könnte zum Beispiel die Lottozahlen vom nächsten Samstag erhalten, wieder in die Vergangenheit zurückreisen, könnte hier meinen Zettel ausfüllen und hätte garantiert das sechsrichtige Lotto. Also das Thema Überlichtgeschwindigkeit hängt mit Zeitreisen zusammen, hängt vor allen Dingen mit tollen Vorstellungen aus den Science-Fiction-Romanen zusammen, dass man damit eben durch das gesamte Universum reisen kann und so weiter. Und es gibt Messungen, die zeigen, dass es tatsächlich in Experimenten zu Überlichtgeschwindigkeiten gekommen sein soll. So, da gibt es zum Beispiel ein Experiment, was immer und immer wieder zitiert wird. Da hat man also einen sogenannten Hohlleiter, also im Prinzip eine metallische Röhre. Und diese metallische Röhre, da ist ein elektrostatisches Potenzial da. Also ein Potenzial heißt eben nichts anderes als ein Hügel eigentlich. Also bleiben wir mal beim Hügel. So ein schöner Hügel und über diesen Hügel soll nun etwas drüber gebracht werden. Klassisches Beispiel, Sie liegen an der Nordsee, auf dem Deich und sehen, wie die Wasserwellen ankommen. Wenn die Wasserwellen nicht genügend Energie haben, dann kommen die über den Deich nicht drüber. Das ist klar, völlig klar. So kommt also jetzt eine elektromagnetische Welle in diesen Hohlleiter rein. In diesem Hohlleiter ist ein Hindernis, ein Potenzial, ein elektromagnetisches Potenzial, um es genau zu sagen. Nicht elektrostatisches, sondern elektromagnetisches Potenzial. Und eigentlich kann diese Welle nur dann über dieses Potenzial an die andere Seite des Hohlleiters kommen, wenn die Welle genug Energie hat. Wenn sie nicht genug Energie hat, nach unseren Standardvorstellungen, müsste sie eigentlich an der einen Seite bleiben und kommt da nicht drüber. So wie die Wasserwellen normalerweise nicht über den Deich kommen, wenn sie nicht genügend Energie haben. So weit, so gut. Bei diesen Experimenten aber zeigt sich nun, dass auf der anderen Seite des Potenzials, also von hier kommt die Welle, und die hat eigentlich nicht genügend Energie, um da durchzukommen, doch ein Signal ankommt. Und zwar mit einer Geschwindigkeit, die scheinbar größer ist als die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum. Und sofort rauscht es im Blätterwald, Überlichtgeschwindigkeit, vierfache Überlichtgeschwindigkeit. Was war das für ein Signal, was hier reinkam? Das war eine Symphonie von Mozart. Diese Symphonie von Mozart wurde in den Hohlleiter gegeben, und auf der anderen Seite kam allerdings die Symphonie von Mozart nicht mehr raus. Es war mehr so ein Gekrechze. Es deutete sich zwar noch an, dass dieses Gekrechze etwas koordiniert war, also etwas mit Musik haben könnte, aber offenbar war wahnsinnig viel Information verloren gegangen, also fast so gut wie alles. Stellen Sie sich mal vor, ich gehe durch so ein Potenzial durch, habe gar nicht genügend Energie dafür, Sie erinnern sich noch an die Wasserwellen, die dürften ja eigentlich nicht durch den Deich gekommen sein, aber es gab offenbar ein Phänomen, was dazu geführt hat, dass diese Wellen durch dieses Potenzial gekommen sind. Ich ginge durch dieses Potenzial durch und würde nur noch als so ein mini kleiner Harald Leschter wieder rauskommen. Und zwar ziemlich zerknittert, mit einem halben Arm und nur noch einem Dreiviertelbein. So müssen Sie sich das vorstellen. Was ist da passiert? Das ist ein quantenmechanisches Phänomen. In der Quantenmechanik ist es möglich, dass etwas, was in unserer Welt unmöglich ist, dann doch passiert. Nämlich das Durchtunneln. Mit einer ganz gewissen Wahrscheinlichkeit wurde die Welle, die hier an diesem Potenzial ankam und da eigentlich nicht drüber kam, drang diese Welle in dieses Potenzial ein und ein ganz kleines bisschen davon ist durch dieses Potenzial tatsächlich durchgekommen. Das nennt man den sogenannten Tunneleffekt. Das, worüber wir hier gesprochen haben, ist der Tunneleffekt. Und dabei tauchen Überlichtgeschwindigkeiten im Experiment auf. Okay. Und die große Frage, um die es jetzt geht, ist, was ist da eigentlich transportiert worden? War das Information oder nicht? Information wäre es, wenn ich eine Schere nehme und sie mit Überlichtgeschwindigkeit an einen anderen Punkt bringen und die Schere bleibt vollständig erhalten. Dann wäre die Information dieser Schere, dieser Materie, tatsächlich mit Überlichtgeschwindigkeit transportiert worden. Wenn aber diese Schere sich völlig auflöst, in Wellen, und ein winzig kleiner Teil dieser Schere als elektromagnetische Welle hinten noch ankommt, dann hat es nichts mehr mit Informationsübertragung zu tun, sondern es handelt sich um einen Prozess, der mit diesem Tunneleffekt zu tun hat. Der Tunneleffekt verbiegt gewissermaßen die elektromagnetische Welle und zwar so stark, dass der größte Teil natürlich reflektiert wird. Genau wie beim Wasser auch. Wenn die Wasserwelle an den Deich ankommt und sie nicht genügend Energie hat, dann rollt sie wieder zurück. Und genau das passiert in diesem Experiment auch. Nur ein winzig kleiner Anteil davon kann tatsächlich durchgehen. Nur hat er mit der ursprünglichen Information also überhaupt nichts mehr zu tun. Überlichtgeschwindigkeit im Sinne einer überlichtschnellen Informationsübertragung gibt es nicht. Es gab noch eine andere Art von Experiment, die auch dazu geführt hat, dass sofort die Schlagzeichen, Überlichtgeschwindigkeit, Überlichtgeschwindigkeit, da können wir noch mal. Da ist Folgendes passiert. Man hat einen Lichtstrahl, beziehungsweise machen wir es ganz korrekt, eine elektromagnetische Welle. Sie wissen ja, Licht ist ja nur ein Teil des elektromagnetischen Spektrums. Sie wissen, Sie als alter Alpha Centauri sehe ich ja natürlich längst. Eine elektromagnetische Welle hat man durch ein Medium geschickt, und zwar Cäsium. Cäsium ist ein Alkalimetall. Und das Cäsium hat nun eine ganz interessante Eigenschaft. Beim Cäsium ist der, ich sag's mal für die Spezialisten vor dem Schirm, ist der Brechungsindex kleiner als 1. Ist ja wunderbar, ne? Wenn Sie sich gar nicht wissen, es handelt sich schlicht und ergreifend um die Fähigkeit eines Mediums, eine elektromagnetische Welle propagieren zu lassen. Also wie bewegt sich eine elektromagnetische Welle durch ein Medium? Wenn von der Lichtgeschwindigkeit die Rede ist, redet man immer von der Lichtgeschwindigkeit im Vakuum. Also Vakuum ist ja quasi nichts, überhaupt nichts. Wenn aber jetzt ein Material durch ein Medium, äh, nicht Material, wenn eine Lichtwelle durch ein Material läuft, dann ändert sich seine Bewegungsgeschwindigkeit. Wissen Sie, woher Sie das wissen? Wenn Sie, ja doch, ja, keine Bange. Also, wenn Sie einen Holzstab in Wasser stellen, dann sieht der ein bisschen geknickt aus im Wasser. Obwohl der, wenn Sie ihn wieder rausholen, sehen Sie, er ist überhaupt nicht geknickt. Was da passiert, das nennt man Brechung. Die Bewegung von Licht im Wasser ist anders als die Bewegung von Licht in Luft. Und genau das, dieses Phänomen passiert, wenn eine elektromagnetische Welle durch Cäsium läuft. Bei Cäsium ist es so, dass die Lichtgeschwindigkeit im Cäsium ist quasi, ja nicht nur quasi, ist größer als die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum. Und schon dachte man, ja, also was heißt, dachte man, irgendjemand, der diese Schlagzeile geschrieben hat, war der Meinung, hätte Überlichtgeschwindigkeit gefunden. Wollte man also ein Raumschiff im Universum mit Überlichtgeschwindigkeit, also größer als die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum, transportieren, müsste man das gesamte Universum mit Cäsium ausfüllen. Kann ich Ihnen schon mal jetzt versichern, das geht nicht. Cäsium ist außerordentlich selten, das können Sie vergessen. Ich will es noch mal ganz langsam sagen. Diese Sendung war nicht leicht, ich weiß es. Also, Überlichtgeschwindigkeit ist denkbar. So wie 1 und 1, 2 ist, könnte man denken, Lichtgeschwindigkeit, Lichtgeschwindigkeit, zweimal Lichtgeschwindigkeit. Können Sie vergessen. Die Lichtgeschwindigkeit ist wirklich das Ende der Fahnenstange für die Informationsübertragung. Die Lichtgeschwindigkeit, die Konstanz der Lichtgeschwindigkeit im Universum, die Nichtüberschreibbarkeit der Lichtgeschwindigkeit, erklärt, wie Sterne funktionieren, E gleich mc² ist ein Resultat dieser Konstanz. Erklärt zum Beispiel die Existenz von Magnetfeldern. Das wussten Sie gar nicht. Müssen wir mal eine Sendung darüber machen. Magnetfelder und Relativitätstheorie. Die erklärt den Zerfall von Teilchen. Wenn wir anfangen würden, sagen wir mal auch nur drüber, ich will nicht sagen drüber nachzudenken, aber alle Experimente, die wir bis heute in der Physik gemacht haben, sagen uns, keine Informationsübertragung im Universum mit Geschwindigkeiten größer als die Lichtgeschwindigkeit. Dagegen kann man nichts machen, ob es einem gefällt oder nicht. Irgendeine Geschwindigkeit im Universum muss die größte sein. Es kann keine unendlichen Geschwindigkeiten geben, dann würden wir in einem völlig chaotischen Universum existieren. Irgendeine Geschwindigkeit muss die letzte sein. In diesem Fall haben wir herausgefunden, schon vor über 150 Jahren, ist es die Lichtgeschwindigkeit. Gibt es Überlichtgeschwindigkeiten? Kann man sagen, ja. Aber wozu? Sie sind zu nichts zu gebrauchen, schon gar nicht zur Informationsübertragung. In diesem Universum, meine Damen und Herren, bewegt sich nichts schneller als mit Lichtgeschwindigkeit, außer schlechten Nachrichten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die Lichtgeschwindigkeit, die scheinbar größer ist als die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum. Und sofort rauscht es im Blätterwald. Überlichtgeschwindigkeit, vierfache Überlichtgeschwindigkeit. Was war das für ein Signal, was hier reinkam? Das war eine Symphonie von Mozart. Diese Symphonie von Mozart wurde in den Hohleiter gegeben und auf der anderen Seite kam allerdings die Symphonie von Mozart nicht mehr raus. Es war mehr so ein Gekrechze. Es deutete sich zwar noch an, dass dieses Gekrechze etwas koordiniert war, also etwas mit Musik haben könnte, aber offenbar war wahnsinnig viel Information verloren gegangen. Also fast so gut wie alles. Stellen Sie sich mal vor, ich gehe durch so ein Potenzial durch, habe gar nicht genügend Energie dafür. Sie erinnern sich noch an die Wasserwellen. Die dürften ja eigentlich nicht durch den Deich gekommen sein. Aber es gab offenbar ein Phänomen, was dazu geführt hat, dass diese Wellen durch dieses Potenzial gekommen sind. Ich ginge durch dieses Potenzial durch und würde nur noch als so ein mini kleiner Harald Läschter wieder rauskommen. Und zwar ziemlich zerknittert mit einem halben Arm und nur noch ein Dreiviertelbein. So müssen Sie sich das vorstellen. Was ist da passiert? Das ist ein quantenmechanisches Phänomen. In der Quantenmechanik ist es möglich, dass etwas, was in unserer Welt unmöglich ist, dann doch passiert. Nämlich das Durchtunneln. Mit einer ganz gewissen Wahrscheinlichkeit wurde die Welle, die hier an diesem Potenzial ankam und da eigentlich nicht drüber kam, drang diese Welle in dieses Potenzial ein und ein ganz kleines bisschen davon ist durch dieses Potenzial tatsächlich durchgekommen. Das nennt man den sogenannten Tunneleffekt. Das, worüber wir hier gesprochen haben, ist der Tunneleffekt. Und dabei tauchen Überlichtgeschwindigkeiten im Experiment auf. Okay. Und die große Frage, um die es jetzt geht, ist, was ist da eigentlich transportiert worden? War das Information oder nicht? Information wäre es, wenn ich eine Schere nehme und sie mit Überlichtgeschwindigkeit an einen anderen Punkt bringe und die Schere bleibt vollständig erhalten. Dann wäre die Information dieser Schere, dieser Materie, tatsächlich mit Überlichtgeschwindigkeit transportiert worden. Wenn aber diese Schere sich völlig auflöst, in Wellen, und ein winzig kleiner Teil dieser Schere als elektromagnetische Welle hinten noch ankommt, dann hat es nichts mehr mit Informationsübertragung zu tun, sondern es handelt sich um einen Prozess, der mit diesem Tunneleffekt zu tun hat. Der Tunneleffekt verbiegt gewissermaßen die elektromagnetische Welle und zwar so stark... Herzlich Willkommen bei Alpha Centauri. Heute geht es um einen Begriff, der von einem geradezu magischen Zauber umgeben ist. Es geht um die Frage, mit welcher Geschwindigkeit sich in diesem Universum, also in unserem Universum, überhaupt Information bewegen kann. Mit anderen Worten, es geht um die Frage, gibt es Überlichtgeschwindigkeiten? Kann es sein, dass man Information mit einer höheren Geschwindigkeit als mit der Lichtgeschwindigkeit transportieren kann? Ich würde es ganz vorsichtig formulieren, weil diese Sendung ist außerordentlich schwierig. Es erfordert Ihre ganze Konzentration, also jetzt nicht gleich abschalten, also innerlich, sondern dabei bleiben. Das ist nämlich eines der ganz, ganz komplexen Themen und führt offenbar auch immer wieder zu Missverständnissen. Also, gibt es Überlichtgeschwindigkeit? So, machen Sie mal ganz langsam. Die Schallgeschwindigkeit. Die Schallgeschwindigkeit ist die Geschwindigkeit, mit der sich der Schall in der Luft bewegt. Meine Schallwellen jetzt hier im Studio bewegen sich mit der Schallgeschwindigkeit. Und die elektromagnetischen Impulse aber, die jetzt zum Beispiel bei Ihrem Fernsehapparat ankommen, die haben sich mit Lichtgeschwindigkeit bewegt. Also, die Schallgeschwindigkeit ist die Transportgeschwindigkeit für dichte Schwankungen in der Luft, in dem Medium. Die Lichtgeschwindigkeit ist offenbar die Transportgeschwindigkeit von elektromagnetischen Feldern. Das ist die Standardfolklore. Die Standardfolklore in der Physik sagt, Überlichtgeschwindigkeiten sind für die Informationsübertragung nicht möglich. Wie kommt das? Naja, das liegt zunächst einmal daran, dass nicht alles, was ich mir denken kann, auch tatsächlich möglich ist. Natürlich kann ich mir vorstellen, ich sitze in einem Zug, ein anderer Zug kommt auf mich zu, als auf mich, ja, können Sie sich vorstellen, Sie fahren in diese Richtung, Zug kommt auf Sie zu. Das heißt, die Geschwindigkeit, die Relativgeschwindigkeit dieser beiden Züge addiert sich. Nehmen wir ein Beispiel. ICE fährt mit 300, auf den kommt ein ICE mit 300 zu. Geschwindigkeit der beiden Züge relativ zueinander ist 600 Kilometer. Nehmen wir zwar, dass der größte Teil natürlich reflektiert wird, genau wie beim Wasser auch. Wenn die Welle, wenn die Wasserwelle an den Deich ankommt und sie nicht genügend Energie hat, dann rollt sie wieder zurück. Und genau das passiert in diesem Experiment auch. Nur ein winzig kleiner Anteil davon kann tatsächlich durchgehen. Nur hat er mit der ursprünglichen Information also überhaupt nichts mehr zu tun. Überlichtgeschwindigkeit im Sinne einer überlichtschnellen Informationsübertragung gibt es nicht. Es gab noch eine andere Art von Experiment, die auch dazu geführt hat, dass sofort die Schlagzeichen, Überlichtgeschwindigkeit, Überlichtgeschwindigkeit, da können wir mal, das ist folgendes. Das passiert, man hat einen Lichtstrahl, beziehungsweise machen wir es ganz korrekt, eine elektromagnetische Welle. Sie wissen ja, Licht ist ja nur ein Teil des elektromagnetischen Spektrums. Sie wissen, Sie als alter Alpha Centauri sehe ich ja natürlich längst. Eine elektromagnetische Welle hat man durch ein Medium geschickt und zwar Cäsium. Cäsium ist ein Alkalimetall. Und das Cäsium hat nun eine ganz interessante Eigenschaft. Beim Cäsium ist der, ich sag's mal für die Spezialisten vor dem Schirm, ist der Brechungsindex kleiner als 1. Ist ja wunderbar, ne? Wenn Sie das gar nicht wissen, es handelt sich schlicht und ergreifend um die Fähigkeit eines Mediums, eine elektromagnetische Welle propagieren zu lassen. Also wie bewegt sich eine elektromagnetische Welle durch ein Medium? Wenn von der Lichtgeschwindigkeit die Rede ist, redet man immer von der Lichtgeschwindigkeit im Vakuum. Also Vakuum ist ja quasi nichts, überhaupt nichts. Wenn aber jetzt ein Material durch ein Medium, äh, nicht Material, wenn eine Lichtwelle durch ein Material läuft, dann ändert sich seine Bewegungsgeschwindigkeit. Wissen Sie, woher Sie das wissen? Wenn Sie, ja doch, ja, keine Bange. Also, wenn Sie einen Holzstab in Wasser stellen, dann sieht der ein bisschen geknickt aus im Wasser. Obwohl der, wenn Sie ihn wieder rausholen, sehen Sie, er ist überhaupt nicht geknickt. Was da passiert, das nennt man Brechung. Die Bewegung von Licht im Wasser ist anders als die Bewegung von Licht in Luft. Und genau das, dieses Phänomen, passiert, wenn eine elektromagnetische Welle durch Cäsium läuft. Bei Cäsium ist es so, dass die Lichtgeschwindigkeit im Cäsium ist quasi, ja nicht nur quasi, ist größer als die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum. Und schon dachte man, ja, also was heißt, dachte man, irgendjemand, der diese Schlagzeile geschrieben hat, war der Meinung, hätte Überlichtgeschwindigkeit gefunden. Wollte man also ein Raumschiff im Universum mit Überlichtgeschwindigkeit, also größer als die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum, transportieren, müsste man das gesamte Universum mit Cäsium ausfüllen. Bei Lichtstrahlen. Ein Lichtstrahl trifft einen anderen Lichtstrahl. So wie die beiden Züge sich getroffen haben, müsste es eigentlich so sein, Relativgeschwindigkeit müsste zweimal die Lichtgeschwindigkeit sein, ist aber nicht so. Sondern in Experimenten kam heraus, es ist immer noch Lichtgeschwindigkeit. Es gibt offenbar keine Geschwindigkeit für die Informationsübertragung, die über Lichtgeschwindigkeit hinausgeht. Daraus, um das mal ganz klar zu sagen, aus dieser experimentell gefundenen Tatsache hat sich die Relativitätstheorie entwickelt. Die Relativitätstheorie beginnt mit dem Axiom, also mit der Forderung, die Lichtgeschwindigkeit ist in allen Bezugssystemen konstant. Egal wie ich mich bewege, ich messe in jedem Bezugssystem, ob ich mich in einem Zug, in einem Zug sitze oder in einer Rakete oder wo auch immer, die Lichtgeschwindigkeit ist immer die gleiche. Knapp 300.000 km pro Sekunde. Das ist die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum. Damit transportiert man Information höchstens. Jetzt gibt es allerdings auch ein Phänomen, und das hängt mit dieser Schere zusammen, dass es zum Beispiel Geschwindigkeiten in der Physik gibt, die mit Information überhaupt nichts zu tun haben. Nehmen wir mal Beispiel diese Schere. Dieser Punkt, an dem sich die beiden Scherblätter kreuzen, bewegt sich, wenn ich diese Scherblätter zusammendrücke, am Ende, nämlich an der Spitze, mit Überlichtgeschwindigkeit. Ist das ein Verstoß gegen die Relativitätstheorie? Nein. Die Relativitätstheorie mit der Forderung, die Lichtgeschwindigkeit sei konstant, ist eine Forderung danach, dass eine physikalische Gesamtheit transportiert wird. Zum Beispiel ein gesamtes elektromagnetisches Feld, also zum Beispiel ein ganzes Bild von mir. Hier bei der Schere allerdings war es nichts anderes als ein Projektionseffekt. Dabei wird überhaupt nichts transportiert. Das ist nichts anderes als reiner Projektion. Das gleiche Beispiel wäre es zum Beispiel, wenn Sie mit dem Laserstrahl den Mond beleuchten. Sie können ja dann mit dem Laserstrahl unglaublich schnell über die Mondoberfläche gehen. Das führt zu einer scheinbaren Überlichtgeschwindigkeit. Aber dabei ist überhaupt kein physikalischer Prozess mit verbunden, denn mit Ihrem Laser, der ja immer noch knapp etwas mehr als eine Sekunde bis zum Mond braucht, beleuchten Sie einfach nur andere Punkte auf dem Mond. Das ist kein physikalischer Prozess. Nicht jede Größe, die die Einheit Weg pro Zeit hat, ist eine physikalisch relevante Geschwindigkeit. Das ist überhaupt nicht der Fall. Jetzt gibt es natürlich im Science-Fiction-Bereich und inzwischen eben auch in einigen Experimenten in der Physik die Vorstellung, man könnte eben doch mit Überlichtgeschwindigkeit etwa Informationen von einem Punkt zum anderen transportieren. Wenn das möglich wäre, dann wäre es ja zum Beispiel auch möglich, quasi in die Zukunft zu reisen, weil die Information sich nach der Relativität so im Allgemeinen ja nur mit Lichtgeschwindigkeit ausbreitet. Wenn es mir aber gelänge, mit Überlichtgeschwindigkeit mich zu bewegen, dann wäre ich ja praktisch schon in der Zukunft, könnte zum Beispiel die Lottozahlen vom nächsten Samstag erhalten, wieder in die Vergangenheit zurückreisen, könnte hier meinen Zettel ausfüllen und hätte garantiert das sechsrichtige Lotto. Also, das Thema Überlichtgeschwindigkeit hängt mit Zeitreisen zusammen, hängt vor allen Dingen mit tollen Vorstellungen aus den Science-Fiction-Romanen zusammen, dass man damit eben durch das gesamte Universum reisen kann und so weiter. Und es gibt Messungen, die zeigen, dass es tatsächlich in Experimenten zu Überlichtgeschwindigkeiten gekommen sein soll. So, da gibt es zum Beispiel ein Experiment, was immer und immer wieder zitiert wird. Da hat man also einen sogenannten Hohlleiter, also im Prinzip eine metallische Röhre und diese metallische Röhre, da ist ein elektrostatisches Potenzial da. Also ein Potenzial heißt eben nichts anderes als ein Hügel eigentlich. Also bleiben wir mal beim Hügel. So ein schöner Hügel und über diesen Hügel soll nun etwas drüber gebracht werden. Klassisches Beispiel, Sie liegen an der Nordsee, auf dem Deich und sehen, wie die Wasserwellen ankommen. Wenn die Wasserwellen nicht genügend Energie haben, dann kommen die über den Deich nicht drüber. Das ist klar. Völlig klar. So kommt also jetzt eine elektromagnetische Welle in diesen Hohlleiter rein. In diesem Hohlleiter ist ein Hindernis, ein Potenzial, ein elektromagnetisches Potenzial, um es genau zu sagen. Nicht elektrostatisches, ein elektromagnetisches Potenzial. Und eigentlich kann diese Welle nur dann über dieses Potenzial an die andere Seite des Hohlleiters kommen. Wenn die Welle genug Energie hat. Wenn sie nicht genug Energie hat, nach unseren Standardvorstellungen, müsste sie eigentlich an der einen Seite bleiben und kommt da nicht drüber. So wie die Wasserwellen normalerweise nicht über den Deich kommen, wenn sie nicht genügend Energie haben. So weit, so gut. Bei diesen Experimenten aber zeigt sich nun, dass auf der anderen Seite des Potenzials, also von hier kommt die Welle, und die hat eigentlich nicht genügend Energie, um da durchzukommen, doch ein Signal ankommt. Und zwar mit einer Geschwindigkeit.